ja ich weiß es nicht also ich glaube die chance dass wir da jemanden antreffen sind sehr gering aber sonst wenn wir an der hausstraße entlang weiter gehen kommen wir schon nach svetlojarsk dann sind wir schon an der kürste aber da kommt erst noch die große aber wir könnten nach dem airstrip da hat es veränderungen gegeben anscheinend könnten wir jetzt hier quer übers feld ein erdlicher es geht hier unten ich weiß wieder nicht wo du bist an der straße entlang und dann links oder was wir müssen in richtung ja ich sehe ich weiß nicht wo du bist richtung süden doch oder nicht ich bin weitergelaufen ich bin nur mal kurz stehen geblieben um mich zu orientieren ich bin jetzt an der chinesischen kurzen mauer vorbeigelaufen ich laufe jetzt den hügel hoch wo die schienen sind wenn er mal laufen wird hast du geschossen nein ich glaube aber schon wieso weil mir gerade ein schuss eingeschlagen ist wenn ich bitte haugls bleib ich bin nicht getroffen ich glaub es besoffen ja bist du auch schon oben Nein, aber ich komme jetzt gerade unten hoch. Du bist natürlich schon weitestauf, oder? Ja, ich habe nicht gewusst, wo du bist. Ich habe gesagt, wo ich lange laufe. Ich habe gedacht, du wärst schon viel weiter vorne. Nein, da ich ja effektiv stehen geblieben bin. Wir treffen uns an der Scheune. Wenn du den Hügel hochgekommen bist, müsstest du eine Scheune sehen. Eine kleine. Mit einem Heuhaufen vor. Du, den Peter sieht man nicht. Auf dem Heuhaufen. Wer vom Heuhaufen? Ich stehe auf dem Heuhaufen. Auf dem falschen Server. Ich bin jetzt hier hochgekommen, habe diese Scheune gesehen und stehe hier auf dem Heuhaufen. Also es ist eine offene und daneben ist nochmals ein Heuhaufen. Ich stehe auf dem anderen Heuhaufen. Vielleicht stehe ich auf dem anderen Heuhaufen. Dann mal raus und über die Straße weiter Richtung Südwesten. Alles klar, hab dich gesehen, du Pfeif. Welchen Heuhaufen hast du denn gestanden? Welchen Heuhaufen hast du denn gestanden? Wo bist du denn jetzt? Einfach 150 Meter rechts von dir. Ist ja eine ganz andere Scheune. Ach du Scheiße, wo bist du denn in diesem Heuhaufen? Siehst du, da oben ist schon der Hochsturm von Matthew. Ja, ich weiß, wo das sehr fehlt ist. Ja, ich weiß, wo das sehr fehlt ist. Ich weiß noch nicht, wo du lang bleibst immer. Ich glaube, das soll es gar nicht mehr so geben, irgendwie. Ja, es sollte ein bisschen Raum geboten werden. Ja, es sollte ein bisschen Raum geboten werden. Ja, es sollte ein bisschen Raum geboten werden. Ich bin nicht mehr energized. Wieso trinkst du denn schon wieder? Ich esse mal eben was. Das ist mein ganzes Essen, denn ich dachte, ich hätte so viel. Ach doch, hab ich. Wo bist du? Vor dir jetzt. In dem Baum. In dem Baum. Guck, guck. Ja, hab das gesehen. Ey. Ich denke, da ist ein Schalldämpfer drauf. War der Schall gedempt. War der Schall gedempt. Ich bin rechts von dir. Ich lauf extra nicht direkt neben dir. Damit, falls uns jemand sieht, der vielleicht erst mal nur einen sieht. Upp. Ja. Ich bin rechts. Oder ich bin rechts da. Ja. Ja. Wie ist das? Ich bin rechts. Wir sind rechts. Ja. Ich bin rechts. Yan. nhưng ich bin rechts auf dem Baum. Ja. Ja, das wird in den Bett. Ja, es regnet. Noch nicht. Oh, jetzt wird's an. Oh, Zombie. Du, Barstack, nimm die Axt. Soll ich schießen? Nein. War auch glücklich, ja, nichts zerstört. War auch glücklich, ja, nichts zerstört. Was ist der Grund, aber das ist wirklich ein Schuss. Ja, es ist wirklich ein Schuss. Soll ich aufs Leben? Ja, also ist der Grund. Die haben alles weggenommen. Was? Alles. Was war alles? Für die ganzen Gebäude. Ach ne, das sind jetzt andere Gebäude. Oder? Ja. Das war die hier. Vermann, das ist essas. Die kommen ingeschränkt. Die diverse Güter alcance heute bookend. に anarhitate an den Element. Verwarte einmal. Verwarteinander. weißt du wo ich bin? ja, vor mir ich steh im trocken ich steh im trocken dann muss ich noch weiter essen was für 9mm was für 9mm was für 9mm was ist denn vor mir schnell äh, willst du schon weiter? na, ich seh dich und, kannst du was sehen? ne was und keine Bewegung ich bin auf dem Weg rechts zum Würfelhäuschen das Würfelhäuschen können wir uns nicht bezeichnen das Würfelhäuschen ist offen, warst du hier schon? äh da stehen Schuhe drin hab ich mich grad erschrocken das ist doch da steht jemand also auch drüben beim Meer führt die Lagerhalle steht auf das sind das geile Gemisch-Tiefen die Lagerhalle ist da die Lagerhalle ist da herrm Also hier drüben bei den Gebäuden, also beim Parkplatz, alle Fahrzeuge sind sicher gelootet, weil die Deckel sind auf und die Typen gehen auf. Also hier wurde auch schon gelootet. Der Monk. Ich schaue mich jetzt mal hinter diesen zwei Benzintanks aus. Wo sind die Benzintanks? In der vor der Lagerhalle stehen. Am Ende des Parkplatzes. Wo der Tower ist, oder was? Ja. Da bist du schon? Ja. Ja, super. Du kannst hier da drüben ausloggen. Ich will auch mal deinen. Hast du schon alles leer gelootet? Tower und so? Nein, das ist schon alles auf. Du musst da noch nicht dringucken, oder? Nö. Das mache ich noch, wenn ich schon mal hier bin. Aber halt die Augen auf. Ach, Quatsch, warum? Lass mich. Ja. Ja. Also Peter. Da wünsche ich dir gute Nacht. Ja, ich dir auch. Bis demnächst im Fall Payday 2. Ja, schauen wir mal. Ja, das kommt sicher noch. Also. Jo. Gute Nacht. Danke, war schön mit dir. Tschüss. 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 Ja, da sind wir nur allein. Allein auf weiter Flur. ich bin hier das wird mal fireplace gemacht keine steuernschutz hat oder was Paranoia jetzt hier. Aber es regnet nur. Was ist das denn? Oh, was soll ich mit dem Schatz stehen? Oh, 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 oh. Ja, ich glaube, ich locke mich auch mal hier aus. Ich kriege ja jetzt schon Paranoia hier alleine. Na ja, schauen wir mal. Bis dann, danke, ciao.